Im Dezember vom 1. bis zum 24. ein großes Giveaway mit dem Marc Gebauer Highlight-Kanal kann man jeden Tag einen Teil gewinnen. Also wir haben Parfums, wir haben die Espresso-Tassen und dazu müsst ihr einfach auf den Marc Gebauer Highlight-Kanal gehen, ihn abonnieren. Das wäre sehr wichtig, damit ihr auch kein Video verpasst und sehr aufmerksam die Videos gucken. Denn in jedem Video ist eine Frage. Grüß euch Freunde, Jeremy Fragrance hier. Halte dich fern von Käse. Kleines Tipps- und Tricks-Video für dich. Bevor wir damit starten, will ich mal gucken, was für eine Post ich gekriegt habe. Im Paket Plot Twist Käse. Ich spreche wirklich von dem besten Gruyère-Käse, doppelt geschaufelt und was auch immer mit Bio und 36 Monate in der Höhle greift. Ich habe Kohle ausgegeben für Käse ohne Ende. Gestern hatte ich circa einen halben Kilo Parmesan-Käse gegessen. Was? Und heute macht er dieses Video? Ey, dann ist irgendwas, glaube ich, über Nacht schiefgelaufen. Ich glaube, irgendwas ist schiefgelaufen. Wenn man so ein Video danach macht, so ein Diss an den Käse. Ich habe, glaube ich, ein Kilo gegessen und irgendwann... Ich kann nicht mehr, Alter. Ein Kilo Käse? Alter, oh man. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und dann habe ich einen Kumpel hier, den Mike, sagt so, habe ich immer noch einen guten Tag... Ich liebe seine Videos. Er macht einfach das Paket... in dem Mikrofon auf. ...gebracht, aber ich sage dir, ich schaffe es einfach nicht mehr. Ich muss dir was gegeben, weil... Es gibt ein paar Lebensmittel, wo ich dir sage, man, halt dich fern von denen. Ich sage es, ich denke mir halt, er nimmt das Video auf, danach schneidet er es oder auch nicht und lädt es halt hoch. Und das Geile ist, er lädt es einfach trotzdem hoch. Grundsätzlich, wenn du feststellst, du kannst von einem Lebensmittel... Und ich sage wirklich noch Lebensmittel, weil ich esse ja schon richtig gut so Walnüsse und so. Wenn du davon... Ey, ich danke für dieses Video, ey. Es ist wirklich scheiße. Essen kannst ohne Ende, dann ist das schon ein schlechtes Zeichen. Hab ich wieder das Mikrofon? Das Mikrofon ist direkt an dem Paket. Ich meine, die Leute schreiben schon bei mir, ich muss so mit dem Ton und so weiter. Das Mikrofon ist beim Paket. Eine der wenigen Dinge auf der Welt, die von Natur aus Fett und Kohlenhydrate gemischt haben. Was sehr schlecht ist, weil das macht süchtig, Mann. Ich kann ein Kilo Walnüsse essen. Aber ein Kilo rohes Fleisch, das wird schwer. Ja. Was ist besser für Ihren Körper? Das rohe Fleisch. Ich rasse Fleisch aus. Aber... Ja, Mann, das ist eine krasse Welt da draußen, die diese Industrien nicht versuchen zu facken. Es macht mich wahnsinnig. Es macht mich wahnsinnig. Ja, what the fuck? Wie, was macht denn dieses Paket auf? Alter, ich bitte dich. Ich bitte dich, mach dieses Paket einfach auf. Verarschen auf diese ganzen neuen Startups und diese ganzen... Oh, Leute. Vegan und so. Vorsicht, Alter. Vorsicht, Mann. Vorsicht. Vorsicht, Leute. Ich kann mir das Video gleich nochmal angucken, weil ich kann... Ich hör nur das Paket. Okay, ich sag dir jetzt, worum es geht. Also, ich bin ja hier dabei. Ich zieh das mal rein, Mann. Ja, das ist das schöne neue Öl. Ich arbeite hier an einem Home Diffuser. Ah, okay, das passt zu ihm. Ja, ist gut. Der wird anders heißen. Diese DNA steigt nachweislich dein Selbstbewusstsein hoch. Ist das nicht geil? Ah, diese Grapefruit-Nummer, ne? Da bin ich dran. Gut, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Das ist noch ein ganz früher Prototyp. Okay, Leute. Ich bin gerade fast ausgerastet, ey. Ich konnte dafür selber nichts. Ich meinte das nicht böse. Also, es war nur... Wenn man dieses Geräusch die ganze Zeit hört, wisst ihr, es macht einen verrückt. Also, vor allem, ich habe gar nicht gehört, was er... Er hat gesagt, ein Kilo Fleisch essen, ein Kilo Walnüsse. Ich habe gar nichts verstanden. Ich habe nichts verstanden. Puh, erstmal wieder runterkommen. Also, ich sage dir ein paar Dinge, von denen ich mich fernhalten würde. Alle Arten von Nüssen. Echt? Punkt. Nico sagt immer, Nüsse sind okay. Alle Arten von Käse. Punkt. Jeremy hat gestern ein Kilo Käse gegessen, heute sagt er nein. Alle Arten von Milch. Punkt. Hä? Hey, Jeremy hat letztens gepredigt, jeden Tag zwei Liter Milch. Wallah, das hat er gesagt. Halte dich von aller Arten von Brot fern. Okay, höre ich dich zum ersten Mal. An Gemüse empfehle ich dir Gemüse, das du essen kannst, aber so nach dem zweiten, dritten, du sagst, okay, jetzt reicht es mir langsam. Und esst Gemüse roh, grundsätzlich. Außer jetzt, teilweise Rosenkohl geht es schwer, aber wenn du jetzt eine rote Beete hast, roh, da esst du eine, dann isst du noch eine, dann isst du noch eine, aber dann bist du auch dicht. Leichter wird es schon mit Karotten. Ja, Karotten sind so, ja, easy going und so, also wir brauchen uns nicht zu verarschen. Er hat gemerkt, Laktoseintoleranz kriegt rein. Er hat wirklich jeden Tag zwei Liter Milch getrunken. Wir brauchen uns nicht zu verarschen, denn das tun wir sehr gerne selber, weil wir uns selber sehr gerne verarschen. Haferflocken, nein. Früchte, nein. Nur Avocado, Granatapfel, okay, aber Granatapfel, für mich kann ich auch zehn Stück von essen, ist kein gutes Zeichen. Grapefruit, nein. Hä? Du kannst zwölf Grapefruits essen, kein Problem. Zwölf Zitronen, nicht so einfach. Hä? Wie, 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 hat er jetzt, was? Hat er jetzt gesagt, ja oder nein? Okay. Da ist also ein Unterschied zu sagen, die Frau hat versucht mich wegen Vergewaltigung anzuzeigen. Die Hure und ich selber war auch ein Bastard. Was, was, was? Was? So zu sprechen, als zu sagen, ich motiviere euch alle. Habe ich irgendwas verpasst? Wo, 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 wie sind wir von, von Zitronen? Was passiert? Äh, warte mal. Also entweder, ich habe jetzt, äh, was habe ich mir mit diesem Video angetan? Ich, ich verstehe gar nichts mehr. Nein. Okay, Moment. Okay, Moment. Granatapfel, okay. Aber Granatapfel, für mich, kann ich auch zehn Stück von essen, ist kein gutes Zeichen. Grapefruit. Hä? Okay. Nein. Okay, keine Grapefruit. Du kannst zwölf Grapefruits essen, kein Problem. Was heißt das jetzt? Zwölf Zitronen? Nicht so einfach. Soll ich jetzt Zitronen essen oder Grapefruit? Da ist also ein Unterschied zu sagen, die Frau hat versucht mich wegen Vergewaltigung anzuzeigen. Die Hure, und ich selber war auch ein Bastard, ist ein Unterschied. Was passiert hier? Was passiert hier? Als zu sagen, ich motiviere euch alle, heute, ja, da gehst du eben nur die halbe Strecke, du Sackgesicht. Und so musst du mit dir reden teilweise. Weil die Welt ist so da draußen. Weil die Leute verstecken sich gerne im Dunkeln, Mann. Und so verarsche dich auch selber teilweise mit diesem Scheiß-Essen, Alter. Okay. Okay, aber Moment mal. Vielleicht war das so eine Alliteration. Auf die Grapefruit? Oder die Zitrone? Wer ist jetzt der Verwaltiger? Ich bin doch immer auf dieses Paket. Okay. Ich hab keine Ahnung. Und pass auf mit diesem zu viel Olivenöl und so einem Zeug. Da, glaube ich, steckt auch irgendeine Scheiße dahinter, dass die dir dieses Olivenöl so raufballern wollen, so nach dem Motto. Da ess lieber eine Avocado anstelle Olivenöl, wenn du mich fragst. Artischocken sind geil. Ich sag dir jetzt mal zum Abschluss, was ich finde. Also zum Beispiel meine Ernährung am Montag stelle ich auch um. Asis kommt zu mir, hat gesagt, ich muss so einen bestimmten Shake den Tag über trinken. Da sind Sachen drin, Antioxidantien und so weiter. Dieses Kardam. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall. So bestimmte Sachen, die halt... Ach, was soll ich sagen? Wir gucken einfach weiter. Dass richtig geil ist. Ich finde zum Beispiel Alnatura ist richtig geil. Aber das ist jetzt Nebensache. Ich sag dir, was ich geil finde. Ich finde rohe Rote Beete geil. Ich finde scharf angebratenen Rosenkohl geil. Ich finde rohes Brokkoli geil. Ich finde Avocado geil. Ich finde Sardinen, Makrele und Wildlachs in eigenem Saft geil. Okay. Nicht in irgendeiner Scheiße drin. Okay, gut. Das sind klare Aussagen. Das habe ich verstanden. Ich finde... Hier Chili Pfeffer. Sorry. Also Cayenne Pfeffer. Boah, ich habe gestern Abend... Victoria hat gekocht. Ich habe gestern Abend so scharf gegessen. Wirklich. Gestern Abend habe ich so scharf gegessen. Ich bin fast gestorben. Also... Morgens in den Tee rein. Geil. So wie finde ich geil echte Habaneros rot zu essen. Aber nimm die Kerne raus. Leute. Ich weiß, der Kanal hat nicht so viele Klicks. Aber ich kann es ja jederzeit ändern. Ich kann hier ein Mädchen hinstellen. Top 10 Düfte und Top 10 Office und ich kann wieder eine Krawatte anziehen. Das ist alles Kindergarten. Kann ich direkt machen. Gehen die Klicks nach oben. Okay. Aber darum geht es ja. Also... Nicht? Also... Nicht? Es ist jetzt finanziell sowieso im Moment alles tipptopp. Ich teste. Ich experimentiere jetzt. Aber für die, die jetzt zugeguckt haben... Fuck, was wollte ich euch jetzt sagen? Scheiße, Mann. Was wollte ich dir jetzt sagen, Mann? Ja. Guck, wie du dich fühlst nach Mahlzeiten. Denn häufig fühlt man sich richtig scheiße nach vielen Mahlzeiten. So wie ich. Ich fühl... Also... Ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich hab mich wie eine Mülltonne gefühlt. Und genauso fühl ich mich wie eine Mülltonne. Ich bin ja so extrem, um zu testen. Und du musst ja auch extrem sein, um Extremes zu erreichen. Ich hab mal... Keine Ahnung. Ich sag jetzt mal so... Sechs Bananen gegessen. Hab mich auch wie ein Schlaffschwanz gefühlt danach. Weil ich hab dann auch noch... Zehn Klementinen gegessen. Und so... Weißt du... Mal was zu gucken. Was passiert, wenn ich so richtig... Knallerladung Fruchtzug hab' oder so. Und... Nur, dass du das mal gehört hast. Die Samen... Von... Früchten... Sind dazu da... Dass der, der sie isst... Ob Tier oder Mensch... Sie verdaut. Die auf dem Weg... Durch dich... Ein bisschen Nährstoffe noch mitnehmen. Beispiel Kidney-Bone oder so. Die ziehen dir die Dinger also raus. Oder... Also wenn man sie nicht zerkaut. Also das sollte... Also das ist ja auch... Ich will jetzt hier... Also... Ziasamen. Zieh die dir raus. Und dann scheidest du die wieder aus. Und dein Kot... Besteht zu über 70% aus Wasser. Und... Dünger... Für diese Samen. Und früher hättest du das eben draußen gemacht. Und was passiert dann? Eine neue Fruchtpflanze wächst. Und die Pflanze sagt... Danke du Vollidiot, dass du mich gefressen hast. Und wie macht sie das? Das hat er aber schön gesagt. Das hat er aber schön gesagt. Das hat er aber schön gesagt. Sie ist umhüllt von leckerem Zeug wie einem Apfel. Das ist crazy shit, oder? Leute... Die, die bis jetzt geguckt haben, die wissen ja... Parfum darf nicht fehlen. Lass dich nicht verarschen, Mann. Achso, das auch. Ja, aber Parfum fehlen. Und... Jedes Video muss ein Parfum drin haben. Hab mehr Proteine in der Mahlzeit. Was voll klar geht. Zwei Steaks, die schlank sind. Von mir aus zwei Hühnerbrustfilets, Alter. Und dazu einen halben Kilo Rosenkohl. Tipp, top, Alter. Danach bist du erst mal... Bist du K.O. im positiven Sinne. Weißt du, Mann. Kannst einfach... Fünf Eier essen. Nix anderes. Und tschüss. Bam, da bist du voll am Start, Alter. Was kannst du noch machen? Du kannst einfach... Ein Paket Sardinen, ein Paket Makrele, beides in eigenem Saft. Wichtig. Beides in eigenem Saft. Keinen Lieber. Machst du auf. Ja. Gießt dir den eigenen Saft raus. Dings auf den Teller. Makrele ausgießen. Boom. Zack, auf den eigenen Teller. Dazu schneidest du dir drei scharfe Jabaneros drauf, die dir voll die Verdauung anregen und voll Vitamin C und Kalium drin haben. Und dann ballerst du dir da noch ein paar Kapern drauf. Kapern, auch geiles Zeug. Und dann machst du noch voll die Ladungen mediterrane Kräuter, die wirklich gut sind. Weil du musst wissen, Kräuter und Gewürze... Haben wir auch im letzten Video gesehen. Mediterrane Kräuter... Die gelten als Heilung, als Medizin. Das ist krass. Okay, Leute. Ich muss jetzt ein bisschen ein Video editen. Ich habe so ein Reaction-Dings gemacht. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich liebe dich. Peace. Oh, Reaction. Oh. Hannes Luffy. Also erstmal muss ich sagen, ich lese deine Donation sofort vor. Das ist tatsächlich das krasseste Video, was ich bis jetzt von Jeremy gesehen habe. Also wirklich, ich war... Das war ein Auf und Ab zwischen Wahnsinn und allem. Also alle Phasen habe ich durchlebt in diesem Video. Also 4000 Views sind ungerechtfertigt. Das Ding muss viral gehen. Das ist das... Also sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist das, was ich ganz gut. Ich bin als Mensch. Älterine. Das ist die Erste. Es ist das, was ich bis hin. Und die kinечentwände. Wenn ich auch lange pforsche. Das ist das, was ich bin. Vielen Dank.